Ja hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ein bisschen spät dran mit diesem Video, aber ich dachte mir, so spät im Jahr 2024 ist es ja noch nicht. Da kann man schon nochmal so einen Rückblick auf 2023 machen. Ja, das wollte ich einfach mal machen, so damit ihr als Gucker dieses Kanals irgendwie mal einen Überblick kriegt über, ja, was war so, was wird so sein und wie läuft es denn so im Allgemeinen. Ja, das ist ja so ein beliebtes Ding. Manche YouTuber machen das und ich habe gedacht, hey, das kann ich auch mal versuchen. Und ich bin jetzt nicht so der Statistik-Freak. Also ich gucke da nicht jeden Tag auf die Abrufzahlen. Ich gucke natürlich, wenn ich jetzt ein neues Video hochlade, schon, wie läuft das so. Aber ich verfolge das dann meistens nicht über die ersten zwei Wochen hinaus. Also klar, guckt man ab und zu mal rein, wie ist es denn so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da tiefgehende Studien anstelle und schaue, was ist jetzt gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, warum ist das vielleicht so. Denn ich glaube, so richtig viel kann man da eigentlich gar nicht draus ableiten. Ein gutes Stück ist meinem Gefühl nach einfach Zufall. Ja, aber das machen wir einfach mal. Also so die Tops und Flops des Jahres 2023 und was für 2024 kommt und so ganz allgemein. Ich habe mir erst überlegt, ich mache das, indem ich einfach die YouTube-Studio-Oberfläche zeige und so ein bisschen da durchbrause. Aber das habe ich ausprobiert. Da erkennt man im Prinzip nichts auf den Videos. Einfach zu klein. Zumindest, wenn man es jetzt auf dem Handy guckt oder sowas, so wie ich das immer mache. Und von daher ist das, glaube ich, nicht so sinnvoll. Deswegen monologisiere ich einfach vor mich hin und zeige stattdessen parallel ein bisschen, wie ich Moscription spiele in der Mega 65-Version. Also das ist so ein Kartenspiel, was ich letztes Jahr geschrieben habe für den C64. Und ich habe es jetzt auf den Mega 65 portiert. Da hat es eine Maussteuerung. Und ja, das spiele ich so parallel vor mich hin. Einfach zur optischen Unterhaltung sozusagen oder Untermalung und ja, sage ich ein bisschen was zu den Dingen, zu denen ich was sagen wollte. Ja, und da können wir erst mal zusammenfassend sagen, 2023 war für den Kanal ein okayes Jahr. Also ist ganz gut gelaufen. Es gab einen leichten Rückgang der Abonnentenanstiege. Also natürlich sind die absoluten Zahlen gestiegen. Aber die Anzahl neuer Abonnenten ist ja bei 10 Prozent geringer als 2022. Das ist aber normal. Das habe ich gesehen, ist bei vielen anderen YouTubern auch genauso oder teilweise sogar noch mehr. Ja, das liegt zum einen bestimmt daran, dass halt keine Pandemie mehr ist und die Leute jetzt irgendwie was anderes machen, als immer nur YouTube zu gucken und zu Hause zu sitzen. Und generell ist der Markt für die Inhalte, die ich hier produziere, würde ich sagen, in Deutschland nicht so riesengroß. Und ich sage mal, es sind ja jetzt auch nicht AAA-Produktionen. Muss man ja auch ganz ehrlich auch so sagen. Also ist vielleicht auch der eine oder andere, der sagt, naja, das ist mir irgendwie zu schluderig oder sowas. Aber ja, es ist, wie es ist. Alles in allem waren es, glaube ich, so um die für, ich glaube, 700 Quetsch-Abonnenten, die dazu gekommen sind in diesem Jahr. Und davor waren es dann eben entsprechend fast 800 oder so. Und was auch zeigt, dass es davor die Jahre eigentlich fast gar nichts war. Also von daher möchte ich mich nicht beschweren. Läuft einigermaßen. Ich habe gedacht, ich komme bis zu diesem Video hier noch auf die 2000. Aber ich glaube, das wird nichts. Die, die ihr dieses Video schaut und vielleicht öfter mal den Kanal guckt und vielleicht nicht abonniert habt, abonniert doch einfach mal. Dann drücken wir das noch über die 2000 mit diesem Video. Wäre ganz schön. Also nicht, dass das irgendeine Bedeutung hätte, aber es ist eine schöne Zahl. Ja, gab es denn in 2023 was Neues auf dem Kanal? Irgendwie neue Formate? Irgendwas geändert? Eigentlich nicht viel. Ich investiere jetzt ein bisschen mehr Aufwand in die Titelbilder. Also das hat man vielleicht gesehen. Die haben jetzt meistens so KI-generierte Teile drin. Also so kleine Bildbestandteile, wo ich irgendwie denke, dass das dazu passen könnte. Das ist manchmal ein bisschen weit hergeholt, weil bei manchen Videos, gerade bei den Lesestunden, ist das schwierig, da irgendwie was Vernünftiges zu zu machen. Aber ich finde das einfach netter. Das sieht einfach ein bisschen hübscher aus. Ja, es wertet die Titelbilder ein bisschen auf. Und es ist auf der anderen Seite aber nicht diese Clickbait-Geschichte, wo irgendeiner ganz erstaunt sich den Kopf festhalten muss und in die Kamera einen O-Mund macht und sagt, ich konnte nicht glauben, was ich in dieser Zeitschrift gesehen habe oder so. Was hast du denn gesehen? Kleiner zeigen? Mensch, ist ja ein Ding. Nee, da bin ich nicht so ein Fan von und deswegen mache ich das nicht. Aber ich dachte, diese KI-Geschichte, das ist eine ganz nette Bereicherung. Und deswegen mache ich das jetzt bei den meisten Titelbildern. Das wird auch in der Zukunft nicht bei allen passieren, aber bei den meisten werde ich irgendwie versuchen, was zu finden. Gerade bei den Lesestunden. Das ist, glaube ich, ganz nett. Ja, danke an alle, die abonnieren, kommentieren oder einfach nur die Videos schauen. Ich habe keine Ziele für diesen Kanal. Es ist nicht so, dass ich da die Weltherrschaft anstrebe oder dass ich irgendwie der Meinung bin, das könnte meinen Vollzeitjob ersetzen oder sonst irgend so ein Quatsch. Das ist natürlich absoluter Humbug. Das wird niemals passieren. Existiert einfach nur deswegen, weil ich halt Bock drauf hatte und so ein bisschen meine Erfahrung teilen wollte vielleicht. Kann ich da mal ganz zurückgehen an den Anfang und kurz erläutern, warum ich diesen Kanal eigentlich angefangen habe und wodurch das inspiriert wurde. Die meisten Leute sagen ja, ja, mein Kanal wurde inspiriert von, keine Ahnung. LGR oder dem 8-Bit-Guy oder sonst irgendwie von den Großen. Und bei mir ist das nicht ganz so. Bei mir wurde das primär inspiriert von Terry Stewart. Und Terry Stewart ist ein Neuseeländer, der hat vor Jahren Videos gemacht. Der hat jetzt neulich nochmal so ein paar Updates gemacht, wo er die Tonqualität, glaube ich, verbessert hat von den alten Videos. Aber an sich macht er schon viele Jahre nichts mehr. Und was er gemacht hat, ist, der hat so eine Computersammlung halt mit alten Rechnern und hat dann in jeder Folge einen dieser Rechner vorgestellt. Auch nicht mit super hohen Produktionswerten jetzt, sondern einfach nur, das ist der Rechner, das ist so ein bisschen die Geschichte, das habe ich an Literatur dazu, so sehen die Spiele aus und so weiter. Das war so einer der ersten, die ich auf YouTube geguckt habe, zusammen natürlich mit den großen Bekannten. Aber ich fand dieses Format so angenehm entspannt und man hat so einen Schirmüberblick über diese ganzen Geräte gekriegt und das hat mir irgendwie gut gefallen. Und diese Art von Systemvorstellungsgeschichten, die wollte ich auch irgendwie so machen. Mit ein bisschen mehr, ja, ich will jetzt Terrys Videos nicht dissen irgendwie, aber mit ein bisschen mehr Tiefe. Also seine Videos sind nicht so lang wie meine, ob das jetzt gut oder schlecht ist, darüber mag man streiten, aber ich versuche noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, gerade was die Historie angeht. Das macht er nicht. Das ist auch nicht schlimm. Ich fand diese Videos trotzdem immer super und ich finde sie immer noch super. Man kann sie sich immer noch gut angucken. Das ist eine gute Referenz, wenn man irgendwas über ein Gerät sucht, dann sind Terrys Videos eine Empfehlung wert. Ich kann den Kanal unten verlinken. Wie gesagt, da passiert nichts Neues mehr drauf. Er war, sag ich mal, für die damalige Zeit, wo er die Videos gemacht hat, in der Nische eigentlich relativ erfolgreich, hat aber dann, als er seine Collection durch hatte, einfach aufgehört Videos zu machen, nach dem Motto, jetzt habe ich ja alles gezeigt, was ich zeigen wollte, auf Wiedersehen. Und das fand ich auch irgendwie ganz cool, aber auch ein bisschen schade. Ja, das war so die Inspiration für den Kanal und dann kamen halt so Sachen dazu, wie die Lesestunden und irgendwie so Kleinigkeiten, so andere Hardware, die ich vorstelle, oder mal ein Unboxing oder auch mal irgendwie so ein kleines Bastelvideo. Und ja, das ist das zu den Ursprüngen. Ursprüngen, wie gesagt, aber ansonsten irgendwie ein Ziel verfolge ich hier eigentlich nicht. Ich habe halt Lust drauf. Ich mache es eben, ich wollte die Systemvorstellungsvideos machen primär und der Rest ist so irgendwie dazugekommen. Und wenn die Leute die Sachen schauen und das mögen, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Das freut mich dann schon auch. Vielleicht zu den Leuten, also das seid ihr, die Zuschauer. Da habe ich mal in die Statistik geguckt vom letzten Jahr. Und da sind 54 Prozent der Zuschauer zwischen 45 und 54 Jahren alt. Also das ist genau meine Altersgruppe. Der Rest ordnet sich irgendwo dahinter und davor ein. Ganz Junge gibt es im Prinzip nicht. Ganz Alte gibt es im Prinzip auch nicht. Also es ist genau das, was man erwarten könnte. Genau das, was man erwarten könnte, ist auch die Geschlechtsverteilung. Wir haben 99,8 Prozent männlich. Je nachdem, welche Zeitspanne man anguckt, ist es ganz oft auch einfach 100 Prozent. Aber wenn ich jetzt über das Jahr gucke, sind es 99,8. Das heißt, der Kanal hat 0,2 Prozent weibliche Zuschauer. Also als Partnerbörse für Heterosexuelle taugt er damit schon mal nicht. Aber trotzdem Grüße an die 0,2 Prozent. 75 Prozent der Zuschauer haben gar kein Abo. Das ist so ein Ding, was ich immer nicht so ganz verstehe. Es scheint viele Leute zu geben, die YouTube ohne Abos zu benutzen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, wie viele Abos. Also 200 oder so, irgendwie sowas. Viele davon machen nichts mehr, so wie zum Beispiel Terry Stewart. Aber wir sind da halt. Und daraus, das ist meine Fernsehunterhaltung. Meine Alternative zum Fernsehen. Ich setze mich abends aufs Sofa, wenn ich jetzt nicht gerade was programmiere oder sowas. Und gucke in diese Liste mit den abonnierten Kanälen, was es da Neues gibt. Und deswegen habe ich diese Abos. Hier, wie gesagt, 75 Prozent haben keins. Entsprechend haben 25 Prozent eins. Ich denke, da geht noch mehr. Also, wenn ihr diesen Kanal regelmäßig schaut und kein Abo habt, macht doch mal eins. Wir kriegen das über die 2000 noch mit diesem Video, hoffe ich. Die Länderverteilung ist auch relativ klar, weil es ja ein deutschsprachiger Knall ist. 81 Prozent kommen aus Deutschland, 4,4 Prozent aus Österreich und 1,1 Prozent aus der Schweiz. Und der Rest verteilt sich irgendwo in der Welt. Untertitel werden, wenn sie genutzt werden. Primär natürlich die Deutschen genutzt oder eben automatisch übersetzt. Das ist aber auch nur eine Handvoll. Es gibt ab und zu mal Kommentare auf Englisch. Das heißt, es gucken tatsächlich Leute diese Videos, die nicht deutsche Muttersprachler sind. Und denen es auch offenbar leichter fällt, dann auf Englisch zu kommentieren. Ich weiß nicht, ob die die dann mit automatisch übersetzten Untertiteln gucken oder ob die die dann irgendwie in Deutsch gucken, weil sie genug Deutsch verstehen. Who knows? Aber ja, das ist es. Also primär ist es eben Deutschland. Und daraus resultiert eben auch, dass es kein Millionen-Abonnenten-Kanal werden wird. Weil ich glaube, die Nische in Deutschland ist nicht so riesengroß. Wenn man da den englischsprachigen Bereich abdecken würde, wäre es für den Kanal wahrscheinlich besser. Aber da habe ich keine Lust zu. Also ich könnte es machen. Mein Englisch ist, denke ich, hinreichend gut, das zu tun. Aber ja, ich wollte es auf Deutsch machen. Und so mache ich es auch weiter. Da erinnert sich nichts dran. Dann zu den besten Videos. Habe ich mir gedacht, gucken wir mal, was ist in diesem Jahr am besten gelaufen. Und da mache ich jetzt von Platz 3 hoch aufsteigen zu Platz 1. Ich nenne jetzt keine Zahlen. Das liegt irgendwie so im Bereich von 10.000, 15.000 Abrufen. Irgendwie sowas in dem Dreh. Das erfolgreichste Video an Platz 3 ist die Vorstellung des Atari 7800 gewesen, erstaunlicherweise. Titel war Ataris gescheiterter Versuch, mit Nintendo zu konkurrieren. Eventuell liegt es am Titel, weil da Nintendo drin vorkommt. Keine Ahnung. Das war ein relativ erfolgreiches Video für das, was es ist. Das Video zur Atari 2600-Konsole war auch erfolgreich im Verhältnis. Zu manchen anderen Videos, aber es war nicht so erfolgreich wie dieses hier. Platz 2 habe ich zweigeteilt. Wenn man nach den Abrufen geht, dann ist es das Video über PyStorm im Amiga 500. Das habe ich ein Sturmzieht aufgenannt damals. Und damals sage ich, weil das schon von 2022 ist. Das heißt, das Video ist jetzt noch nicht zwei Jahre alt, aber es ist halt aus 2022. Und ist dennoch das Video mit den zweitmeisten Abrufen auf diesem Kanal im letzten Jahr gewesen. Und es ist auch generell das stärkste Video auf diesem Kanal, und zwar mit Abstand. Ich weiß nicht genau, wie die Aufrufe jetzt sind. Irgendwas. 25.000? Ich weiß es nicht. Ich muss lügen. Ich schaue das jetzt auch nicht nach, weil so wichtig sind mir die Zahlen dann letztendlich nicht. Aber es ist eben halt das erfolgreichste Video auf diesem Kanal mit Abstand. Ist mir nicht ganz klar. Es war halt mein Versuch, irgendwie eine Anleitung für die Installation zu liefern. So ein bisschen, weil ich selber keine vernünftige gefunden habe. Und Video eben nun mal das Medium der Wahl für mich jetzt hier an der Stelle ist. Habe ich das eben so gemacht. Hätte ich auch aufschreiben können. Das wäre vielleicht noch sinnvoller gewesen. Aber ich habe es halt so gemacht. Es ist ja auch nicht schlecht, aber es veraltet natürlich irgendwie. Weil das Pistone-Projekt, denke ich mal, das aktualisiert ja Dinge. Und es gibt ja dann diesen EMU-68. Den gab es damals auch schon, als ich das gemacht habe. Aber der war noch überhaupt nicht ausgereift. Mittlerweile ist das, glaube ich. Also man hat jetzt noch eine Alternative, die man da drauf installieren kann, die dann noch mal schneller ist, aber an anderer Stelle weniger Features hat, glaube ich zumindest. Und damit beschäftigt sich dieses Video zum Beispiel überhaupt nicht. Also ja, ich würde sagen, so langsam wird es unaktuell. Aber es ist trotzdem immer noch sehr beliebt. Platz 2 aus dem Jahr 2023. Also was war das am zweitmeisten geschaute Video von 2023? Und das ist erstaunlicherweise, ich bereue nichts, eine 512 Kilobyte Speichererweiterung für C64-C128. Das ist das Video, wo ich die Reu, also die Speichererweiterung für den C64, so kurz vorstelle. Ein bisschen was zur Geschichte sage. Und irgendwie mal kurz in Basic was damit programmiere. Und zeige, wie die so grob funktioniert. Und das ist es eigentlich. Also das wundert mich, dass das so abgegangen ist. Ich habe keine Erklärung dafür. Ich weiß es nicht, warum. Aber ja, das ist das zweiterfolgreichste Video 2023. Und das erfolgreichste Video 2023 ist das Video über das KCS Power PC Board, ein DOS-PC im Amiga 500. Also diese Steckkarte, die man unten in die Trapdoor reinsteckt. Und dann hat man so einen PC-Emulator, in Anführungsstrichen. Eigentlich ist es ja ein kompletter PC, der dann im Amiga 500 steckt und den man dann da verwenden kann. Und da habe ich kurz gezeigt, so, ja, was ist das? Wie sieht das aus? Wie richtet man das ein? Und wie ist das dann in der Benutzung? Ja, das ist das erfolgreichste Video des Jahres 2023 gewesen. Also generell habe ich den Eindruck, Amiga-Videos laufen ganz gut. Ich will jetzt nicht sagen, ich weiß nicht warum. Es gab halt viele, die den Amiga hatten und so. Aber ich denke, es gab ja auch viele, die den C64 hatten. Und auch die C64-Videos, wie man an der Reu zum Beispiel sieht. Oder auch das mit den Freezer-Cartridges lief ganz gut. Gut, die laufen ja auch schon, aber Amiga ist, glaube ich, noch mal irgendwie populärer. Warum? Keine Ahnung. Gut, das sind die Top 3. Dann gibt es natürlich auch einen Flop des Jahres. Also da habe ich jetzt nur eingenommen. So richtig Flop würde ich es gar nicht nennen, aber es war halt das Video mit den wenigsten Abrufen. Und das ist Unboxing. Eine gespendete Amiga-Tank-Maus in gelb. Das war diese Amiga-Maus, die ich von Sven bekommen habe. Meine Sven, oder? Also, sorry Sven, wenn das jetzt nicht stimmt, aber ich glaube, das ist so. Und die habe ich da ausgepackt und habe so ein bisschen so ein Retrobyte-Experiment im Sonnenschein mit dem Ding gemacht. Und das Video war nicht so erfolgreich. Ach so, es hat, glaube ich, 300 Quetschabrufe oder sowas. Das ist nicht schlimm, zumal das auch kein besonders aufregendes Video war. Das habe ich halt nur mal so gemacht, eben einfach, weil ich quasi diese Spende wertschätzen wollte, um einfach Dankeschön zu sagen. Und dann habe ich in dem Zuge halt dieses Retro-Brighting noch mitgemacht, weil gerade die Sonne schien, um das auch mal mit abgehandelt zu haben. Ja, dann habe ich noch gedacht, so eine Liste mit positiven Überraschungen. Also, was habe ich gemacht, was jetzt nicht super erfolgreich war, was aber vielleicht irgendwie anders gelaufen ist oder was irgendwie einen Effekt hatte, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und da habe ich auf Platz 3 tatsächlich das Weihnachtsvideo gesetzt. Also, ich habe ja dieses Jahr auch wieder, also letztes Jahr, 2023, auch wieder ein Weihnachtsvideo gemacht. Das war so ein kleines Unboxing, wieder von der Spende von Sven, erstaunlicherweise. Und ein Danke. Und das lief wesentlich besser als das Weihnachtsvideo vom letzten Jahr, weil das Weihnachtsvideo vom letzten Jahr war, glaube ich, das erfolgloseste Video 2022. Und dieses hier lief eigentlich ganz gut dafür, dass das letzte eben so erfolglos war. Und ja, ich glaube, damit werde ich dann so langsam eine Tradition etablieren, dass ich das nächstes Jahr nach Möglichkeit, weiß man nicht, manchmal klappt es ja vielleicht nicht, aber wieder versuchen werde zu machen. Also, das fand ich irgendwie putzig, dass das auf einmal so viel besser lief, als das im letzten Jahr. Man weiß es manchmal eben einfach nicht. Auf Platz zwei habe ich das Amiga 1000 Tastaturadapter und ein Ersatztastatur-Video gesetzt, der positiven Überraschung. Nicht, weil das super erfolgreich gewesen wäre. Also, da habe ich so eine Adapterplatine vorgestellt, mit der man eine PS2-Tastatur an den Amiga 1000 anschließen kann. Habe ich kurz ausprobiert, ob es funktioniert. Ich habe es vorher auch noch nicht ausprobiert, vor diesem Video. Und ich habe so eine Tastatur gezeigt, die ich halt auf Ebay gekauft habe, wo ich versucht habe, was zu finden, was irgendwie der Amiga 1000 Tastatur möglichst ähnlich ist. Und die Überraschung an diesem Video war für mich, dass es dann tatsächlich Leute gab, die diese Tastatur auch gekauft haben. Die also von dieser Empfehlung für diese 17-Euro-Tastatur so angetan waren, dass sie gesagt haben, hey, das hole ich mir auch. Und das fand ich irgendwie ganz putzig. Weil es ist eine schöne Tastatur. Also, ja, die war nicht so teuer. Und die hat Cherry-Switches und so. Also, das ist echt eine gute Tastatur. Auch schön kompakt. Kann man auch so irgendwie benutzen, wenn man will. Aber ja, das fand ich irgendwie putzig, dass ich da irgendwie so einen Mini-Trend losgetreten habe, dass Leute auf einmal diese Tastatur gekauft haben. Ja, und auf Platz 1 der positiven Überraschung ist das einzige Video bisher meiner Alt- und Nutzlos-Reihe. Einfach, weil ich sonst nichts gefunden habe in meinem Fundus, was alt und nutzlos ist. Und zwar ging es da um analoges Fernsehen am Monitor der Philips-TV-Tuner. Und das war ja so ein Ding, ich konnte ja nicht mal das Teil in Aktion zeigen, weil es gibt ja kein analoges Fernsehen mehr. Also habe ich einfach nur diesen TV-Tuner gezeigt und gesagt, hallo, das ist ein TV-Tuner. Den kann man zwar noch benutzen, aber er gibt keinen Sinn und deswegen ist er alt und nutzlos. Und das Video war erstaunlich erfolgreich für das, was es ist. Und es haben viele Leute kommentiert auch, dass sie gesagt haben, ja, ich habe den auch gehabt und ich habe nur den Fernsehen geguckt und solche Geschichten. Also, ja, das fand ich erstaunlich. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass das so viel Nachhall findet, dieses Video. Ja, das zu den Videos. Top, Flop und positive Überraschung. Dann habe ich noch mir hier aufgeschrieben, Shorts bringen nichts. Also das ist so die Kategorie sonstige Erkenntnisse. Und da ist eben die Erkenntnis, Shorts bringen nichts. Also Shorts, wer es noch nicht gesehen hat, das sind diese kleinen, ja, Hochkant-Videos, die man auf YouTube machen kann. Die sind eine Minute lang, also maximal eine Minute lang. Und YouTube promotet die relativ stark, so ein bisschen TikTok-Konkurrenz. Aber die bringen nichts. Also für den Kanal bringen die nichts. Man kann das in der Statistik angucken. Ich habe letztes Jahr ein paar davon gemacht. Und über diese Shorts sind insgesamt zwei neue Abonnenten gekommen. Zwei. Von 700 irgendwas, fass mich an die Füße, sind das zwei, die über die Shorts gekommen sind. Und das ist den Aufwand eigentlich nicht wert. Ich werde weiter Shorts machen, weil manchmal bietet es sich an, wenn man schnell irgendwie was zeigen will, wenn man mal zehn Minuten hat und sagt, ah, Mist, ich wollte hier nochmal was machen. So wie neulich zum Beispiel das Short-Video über dieses Atari 2600 Plus Steckmodul, was nicht funktioniert in den Originalkonsolen. Da habe ich ein Shorts drüber gemacht. Ich werde weiter welche machen, wenn es angesagt ist, aber ich werde das jetzt nicht forcieren, weil es für den Kanal selber als Promo-Aktion, sage ich mal, einfach nichts bringt. Ja, sonstige Erkenntnis davon abgesehen ist, dass man einfach nicht vorhersehen kann, wie die Videos so laufen. Also man kann das nicht planen, würde ich sagen. Also zumindest nicht in der Größenordnung meines Kanals. Das ist einfach statistisch zu wackelig, würde ich sagen. Das kann man nicht vorhersagen. Gefühlt, sage ich mal, die Amiga-Sachen laufen ganz gut. Die C64-Sachen laufen auch ganz gut. Bisschen schlechter als der Amiga-Kram, so im Schnitt. Aber ansonsten ist es echt schwierig zu sagen. Und von daher mache ich mir da auch keinen Kopf, weil man weiß es nicht. Man macht dieses Philips-TV-Tuner-Video und das geht auf einmal relativ gut. Man macht andere Sachen, wo man denkt, das interessiert vielleicht den einen oder anderen. Und es geht so lala. Ja, das kann man echt schlecht sagen. Also ich gehe jetzt noch mal kurz auf die einzelnen Formate ein und sage was dazu, wie die so laufen. Aber generell ist es ein bisschen schwierig vorher zu sagen. Also wir haben da natürlich die Systemvorstellung. Das ist ja so das, womit ich angefangen habe. Also das, was ich machen wollte, eigentlich primär auf diesem Kanal. Oder naja, ich will nicht sagen primär, aber das war die Motivation. Damit habe ich halt gestartet. Und die sind zeitlos. Also die funktionieren so, wie sie sollen, weil sie selbst nach Jahren noch Views kriegen. Und da ist es oft auch so, dass die Views, die sie kriegen über das Jahr, zum Beispiel mehr sind als jetzt von irgendeiner Lesestunde, die ich in dem Jahr gemacht habe oder sowas. Also die haben so einen stetigen, so einen Grundrauschen quasi. Das, was man so im Marketing irgendwie den Longtail nennt. Also Schwanz des Longus quasi. Also das, was so hinten im Grundrauschen so ist, wo die Leute halt immer wieder kommen und irgendwas davon gucken. Das ist erfreulich, weil das war der Sinn dieser Videos. Das sollte halt so eine Art Nachschlagewerk quasi sein. Und das ist auch logisch, denn es ändert sich ja in 40 Jahre alter Hardware nichts mehr. Das ist auch in fünf Jahren noch genauso aktuell oder in zehn Jahren, wie es das jetzt ist. Gut, an der 40 Jahre alten Zeitschrift ändert sich auch nichts mehr, aber wer sucht schon nach der 64er-Ausgabe 486 oder sowas bei YouTube, nach dem Sinclair ZX81 sucht man dann vermutlich schon eher und ich denke, daher kommt das eben. Und ja, das ist erfreulich. Dann gibt es die Lesestunden. Das ist auch ja eins der Hauptformate hier, die laufen okay. Also ich bin damit zufrieden. Ich mache die auch sehr gerne. Und es gibt einen harten Kern von Zuschauern, besonders unter den Abonnenten, die die gerne gucken. Und das ist auch schön. Das macht Spaß, die zu machen. Von den Zahlen an sich bleiben die aber meistens hinter anderen Videos zurück. Und die haben auch nicht so den Longtail wie diese Systemvorstellungsvideos. Also die laufen, sage ich mal, in den ersten zwei Wochen, wo sie draußen sind, laufen sie halt, wie sie laufen. Und danach laufen sie im Prinzip gar nicht mehr. Also da guckt eigentlich keiner mehr die alten Lesestunden. Außer jemand entdeckt den Kanal neu und arbeitet sich dann da durch. Aber es ist jetzt nicht das Format, wo die Leute nochmal wieder hin zurückgehen, weil sie denken, Mensch, ich muss mal unbedingt was über die Kickstart hören oder über das ST-Magazin oder sonst irgendwas. Aber das ist nicht schlimm. Also wie gesagt, das heißt nicht, dass irgendwas mit den Lesestunden passieren wird. Das ist schon völlig in Ordnung so. Man muss auch den Aufwand sehen, der in die einzelnen Videos reinfließt. Also in die Systemvorstellungsvideos, auch wenn die vielleicht teilweise nicht so aussehen, fließt natürlich wesentlich mehr Aufwand rein als in so eine Lesestunde. Für diese Lesestunden brauche ich eine Stunde Zeit, einen Tisch und eine Zeitschrift. Und für die Systemvorstellungsvideos ist allein der Aufwand ja schon da, das Gerät überhaupt zu besorgen, zu restaurieren und sich damit vertraut zu machen. Das ist einfach schon ein Aufwand, der jetzt in das Gerät fließt und gar nicht in das Video. Und auch die Videos selber sind halt wesentlich aufwendiger. Ja, und dann gibt es halt noch die Hardware-Vorstellung, nenne ich das jetzt mal. Also sowas wie die Roy oder diese Cartridges für den C64, die ich gemacht habe und solche Geschichten. So kleine Systemvorstellungen, wenn man will, aber ohne jetzt eine besonders tiefe Analyse. Also oft geht das halt auch nicht. Was will man zu einem Final Cartridge 3 an tiefer Analyse liefern? Also könnte man vermutlich, aber das ist ja auch verschollen in der Zeit. Da wird man auch gar nichts mehr zu finden, wer das jetzt gemacht hat und warum. Von daher sind die da ein bisschen kürzer, ein bisschen knapper. Die laufen aber auch ganz gut, besser als ich das erwartet hätte. Also gerade wie zum Beispiel dieses Modul, also dieses Cartridge-Video. Das fand ich persönlich beim nochmal angucken so, dass ich gesagt habe, eigentlich hättest du da ein bisschen detaillierter noch auf gewisse Sachen eingehen können. Aber es hat offenbar keinen gestört, also passt das schon. Ja, und sonstige Videos, sage ich jetzt mal Unboxings oder auch die Shorts oder ja, was sonst noch so an der Peripherie rumkrebst, Weihnachtsvideos oder sowas. Das ist eben sehr unterschiedlich. Also das läuft mal gut, mal nicht so gut. Macht aber nichts. Ja, das ist schon okay. Ich mache die ja, weil ich Bock zu habe und nicht, weil ich damit irgendwie die Weltherrschaft erobern will, habe ich ja schon gesagt. Ja, das ist das zu den Formaten, das zu der Vergangenheit. Was kommt für 2024? Ja, da kann man im Grunde sagen, mehr vom Gleichen. Ich hoffe, das ist für die meisten von euch eine gute Nachricht. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Aber es wird jetzt nicht die Revolution stattfinden. Ich habe vier Systemvorstellungsvideos fest eingeplant. Ich hoffe, die kommen auch alle. Ich könnte jetzt schon teasern, was es ist. Mache ich aber nicht. Also teilweise kann man es, glaube ich, aus den Shorts oder aus anderen Videos, die ich gemacht habe, erahnen. Aber ja, da sind vier geplant. Ich habe noch so im Hinterkopf, dass es vielleicht ein fünftes geben könnte. Oder mal gucken, vielleicht wandert das auch in 2025. Mal schauen, wie ich das aufteile. Und neue Lesestunden wird es natürlich auch geben. Auch hier habe ich schon ein paar Zeitschriften selektiert. Aber das ist im Fluss. Kann immer mal sein, dass sich da was ändert, wenn zum Beispiel neue Zeitschriften reinkommen oder ich über irgendwas stolper und sage, hey, was ist das denn? Das besorge ich mir mal, dass ich dann dazu was mache. Das ist je nachdem. Vielleicht versuche ich auch mal wieder irgendwas zu einem Buch zu machen. Das ist in letzter Zeit ein bisschen kurz gekommen, weil es einfach nicht so viele Bücher gab. Ich habe so das Gefühl, im Retro-Bereich ist alles geschrieben worden, was man schreiben wollte und konnte. Und jetzt kommt nicht mehr so viel, wie das vor ein paar Jahren noch war. Also ich habe noch so ein paar Sachen gelesen, auch im letzten Jahr. Aber da habe ich auch keine Videos zu gemacht. Mal schauen. Also ich würde gerne was machen. Vielleicht auch mal wieder zu einem alten Buch. Wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man vielleicht was zu einem alten Handbuch oder sowas macht. Einfach kurz mal durchblättern. Also da mag auch vielleicht was kommen. Ich versuche, die Lesestunden an sich ja ein bisschen variantenreich zu gestalten. Also immer mal eine andere Zeitschrift zu machen, weil 10 64er am Stück möchte ich nicht machen, weil mir dann irgendwann halt auch der Gesprächsstoff ausgeht. Was will man denn da immer sagen? Die Zeitschrift ist ja strukturell immer sehr ähnlich. Und immer dieselben Anekdoten kann ich auch nicht erzählen. Also kann ich schon, aber dann wird es vielleicht langweilig. Und von daher versuche ich da immer so ein bisschen Variationen reinzubringen. Kommen auf jeden Fall noch 64er zum Beispiel jetzt. Aber es wird eben nicht, keine Ahnung, der gesamte Jahrgang 85 besprochen oder so. Das wird nicht passieren. Ja, Hardware-Vorstellung und sonstige Videos wird es sicher auch geben. Da die aber meistens eher spontan entstehen aus irgendwie Dingen, die ich halt anschaffe oder sowas. Ich habe eins im Kopf. Das werde ich auf jeden Fall machen für die Atari 8-Bitter. Sage ich jetzt aber auch noch nicht, was es ist, aber es wird super. Ansonsten habe ich da aber keine konkreten Pläne für 2024. Schauen wir einfach mal. Gut, ja, das ist es. Das ist der Rückblick auf 2023 und der Ausblick auf 2024. Und Fazit ist eigentlich keines. Es geht hier so weiter wie bisher. Ich versuche grob im Zwei-Wochen-Rhythmus die Videos rauszubringen. Kann mal sein, dass da eine Woche zwischen fehlt. Kann auch mal sein, dass es in zwei Wochen zwei Videos gibt. Also bleibt mir gewogen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und abonniert diesen Kanal.